Musik Hier ist die Liste von Burke. Er hat mit jedem Crewmitglied geredet und wie es scheint nur die negativen Dinge aufgelistet. Keine Disziplin auf Konflikte aus. Ein gewisser Miller will anscheinend, und ich zitiere, jeden ehemaligen Imperial-Offizier heftig zerfetzen lassen. Mit der Armee des Widerstands, versteht sich! Was ist das denn für ein Ausdruck? Warum musste Burke denn überhaupt mit? Die Republik verlangt es so. Und diese Crew? Warum gerade die? Wir haben nicht viele. Und umso mehr Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Alles klar. Erledigen wir unsere. Also, sind alle da? Ja, wir kommen bald auf Adumar an. Ein System weit im wilden Raum. Wir sollen Beweise für einen Nachfolger des Imperiums finden. Das verdammte Imperium! Es geht um eine Aufklärungsmission. Die Waffen habt ihr nur für den absoluten Notfall dabei. Ihr sollt Aufnahmen machen, keinen Krieg führen. Keiner von uns hat jemals Krieg geführt. Dann ist ihr gut. Wir sammeln nur Beweise. Mehr nicht. Ich bleibe oben und recherchiere weiter. Habt ihr ein Auge auf sie? Ich bin ein Auge auf sie. Beweise. Ich bin ein Auge auf sie. Also fin untersee. Ich habe aus der Luft einen Bunker gesehen. Das sollten wir uns näher anschauen. Lenz, Kane, ihr bleibt hier und bewacht die Landungsboote. Der Rest kommt mit. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Nur die Ruhe, Milla. Wenn wir in Deckung bleiben, werden wir nicht entdeckt. Was zeigen die Scanner? Wärmesignaturen überall in der Basis. Dann warten wir bis jemand rauskommt. Wenn die vom Imperium sind, dann schwöre ich... Wir machen nur die Aufnahmen und verschwinden dann wieder. Wenn Sie meinen. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Angebot. Ich mache nur meinen Job. Und er besteht nicht daraus, mich mit Ihnen herumschlagen zu müssen. Sie müssten mich nur in die unbekannten Regionen auf der anderen Seite der Galaxis bringen. Toll. Ich würde Ihnen auch Geld geben. Bevor oder nachdem ich Sie dorthin gebracht habe. Wissen Sie was? Ich denke, das werde ich dem Commander melden, wenn wir zurück sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben uns Schwarze getroffen. Das ist wirklich... das ist das Imperium. Naja, nicht wirklich. Imperialer Abschau. Ruhig, Müller. Ich muss nur eine Aufnahme machen. Dann verschwinden wir. Mach so viele wie du kannst. Was für was? Oder nicht? Bleib in Deckung! Du bist Hampst года. Was für die Veralltag. Du bist du stärker. Du bist du stärker. Dabei liegt der Sommerreund. Gib meinen Schlaf. Beste bra 개. Ausatnahmen dauern. Was ist mit dem Rest? Sie waren leichtsinnig und mussten dafür bezahlen. Möge die Machtbedienend sein. Nenz, bring uns hoch. Untertitelung des ZDF, 2020